Hallo meine Lieben, ich begrüße euch zu unserem neuen Vimeo Video und zwar hat Micha und ich gefragt, welche Energien hat der Vollmond im Zeichen des Löwen in die noch bestehende Beziehung deines Wunschpartners gebracht. Ja, so wie bei dem Seelenpartner Reading, das ich auf Vimeo veröffentlicht habe vor zwei Tagen, hat auch Micha jetzt wieder mitgewirkt. Wir bedanken uns an der Stelle für eure ganz lieben Kommentare, dass es euch gefällt in der Art und Weise. Wir nehmen das Video sozusagen im Duett auf, denn er hat diesmal auch wieder die Karten erbeten hier für die Seite deines Wunschpartners. Wir haben auch heute, gestern auf Facebook einen Post veröffentlicht und zwar Micha bietet ab sofort Readings per WhatsApp an. Ja, und zwar wird er ein keltisches Kreuz für den Wunschpartner deinerseits oder deinen Seelenpartner oder auch deine Seelenpartnerin, Wunschpartnerin legen. Und alle Infos dazu findest du ab sofort auf unserer Website. Da findest du das Angebot. Ja, also du kannst hier eine Legung bei ihm buchen, weil wir eben die Erfahrung gemacht haben, ihm gelingt es wahnsinnig gut, sich in die Energie der in Anführungszeichen Gefühlsklärer oder Einlasser hinein zu versetzen. Und ich glaube, das ist eine wunderschöne Möglichkeit zu sehen, welche Energie herrscht denn im Moment hier auf der Seite, natürlich immer in Bezug auf dich selbst. Ja, das aber jetzt nur am Rande. Die Legeform ist genau die gleiche. Wir haben hier vier Karten erbeten für die Energie deines Wunschpartners. Vier Karten aus dem Tarot für die Energie der noch bestehenden Partnerin oder des noch bestehenden Partners. Und dann habe ich auch noch geguckt, welche Auswirkungen hat jetzt denn die Energie in dieser Beziehung auf deine Verbindung zu deinem Wunschpartner oder Seelenpartner. Wir schauen uns auch jeweils die Unterseiten des Decks an. Und hier an der Seite die umgedrehten Karten, die ihr hier noch seht, die fallen diesmal aus dem Deck Lektionen deiner Seele. Und da haben wir gefragt, also an der Stelle wieder Micha und an den beiden anderen Stellen ich, welchen Rat hat die geistige Welt oder die göttliche Führung jeweils für euch drei? Ja, also einmal die Botschaft oder die Nachricht, der Ratschlag der geistigen Welt für deinen Wunschpartner. Einmal für die Partnerin, ja, um die es hier noch geht oder den Partner, je nachdem, wie das für dich stimmig ist. Und einmal auch um einen Rat für dich in dieser Situation. Ja, wenn dich dieses Video interessiert, dann kannst du in der Infobox unter diesem Ankündigungsvideo den direkten Link zu Vimeo finden. Und was ich noch bekannt geben wollte, weil ich habe immer wieder Nachrichten oder wir haben Kommentare, dass Vimeo mal nicht funktioniert oder jemand hat kein PayPal, keine Kreditkarte und möchte die Videos trotzdem sehen. Wir sind derzeit dabei, eine neue Website erstellen zu lassen, ja, und die wird in ein paar Wochen online gehen und ab dann verkaufen wir unsere Videos direkt über die Website. Und dort findet ihr dann auch die verschiedensten Zahlungsmöglichkeiten und dann gibt es auch keine Probleme mehr mit Download etc. Also ich bitte euch da noch ein bisschen um Geduld. Diejenigen, bei denen es nicht immer klappt oder wer die Zahlungsmöglichkeiten PayPal oder Kreditkarte nicht hat, ja, bei Vimeo ist es leider so, es wird sich bald diesbezüglich was ändern. Ja, dann bedanke ich mich, wenn ihr das Video anschaut und freue mich schon, das nächste Mal wieder zu euch zu kommen. Bis dann, eure Uli. Bis dann, 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 bis dann Vielen Dank.